Ja, moin moin Ibitz, was geht ab? Ich bin's hier, IbeBuschLP und ja, ich, der Nick, ähm, hab heute leider, ähm, eine dicke Erkältung sich eingefangen, also ich hab's jetzt schon die Woche unter gehabt und heute ist es komplett ausgebrütet, mir geht's echt nicht so gut, reden geht zwar trotzdem noch und da dachte ich mir einfach, ja, ich muss eh heute den ganzen Tag in meinem Zimmer bleiben, äh, da ich eingesperrt wurde, nein, Spaß, ähm, und da hab ich mir einfach gedacht, wieso nicht einfach mal was verrücktes machen? Ich hätte grad derbe Bock, um hier so auf so einen, weiß nicht, so einen Tagestream, was ich einfach den ganzen Tag online bin mit meiner Webcam hier, ähm, kann natürlich immer sein, dass ich mal eine halbe Stunde wieder weg bin, aber sonst, ja, hier schon, ähm, den ganzen Tag alles übertrage und ja, ist auf jeden Fall eine witzige Idee, finde ich, wer Bock hat, sollte sich das auf jeden Fall reinziehen, ähm, werden auf jeden Fall Rankeds machen, Abo-Games, vielleicht kommt Evil Vini auch noch dazu, also richtig spannend, Action, dies, das, anders und ja, eigentlich ist nicht mehr viel dazu zu sagen, ich hoffe, ihr, ähm, teilt schön den Link, dass ihr auch einen euren Freunden dazu Bescheid sagt, man kann einfach mal ein bisschen reinschauen und dann weiß ich nicht, kann man auch mal wieder was anderes machen, wie ihr es machen wollt, ist mir egal, ähm, würde mich auch einfach nur freuen, wenn ihr dabei seid, ähm, und ja, der Link zu meinem, ähm, Stream ist in der Beschreibung und ansonsten, ja, nicht wundern, meine Stimme ist bisschen anders, das liegt an der Erkältung, aber das soll mich nicht aufhalten, wir sehen es sollt, oder, ja, in der Stunde, weiß ich nicht, wenn ich online gehe, wahrscheinlich, wenn ihr das Infovideo euch reinzieht, bin ich schon längst online, und ja, Freunde, haut rein und bis deich!